Wir haben den ersten Platz gemacht und haben den schönsten Biergarten auf der Ostalb oder im Ostalbkreis. Und damit können wir Ihnen hier die U-Kunde vernehmen. So, ich darf zwei Gewinner begrüßen, die als User mitgestimmt haben, mitgevotet haben. Und den Rosengarten oder auch den Sternen oder wen auch immer gewählt haben. Sie wissen es nicht, wen Sie gewählt haben. Ihnen, Herr Meile, darf ich überreichen einen 25-Euro-Gutschein für den Landgasthof Sternen. Das sieht da spektakulär aus. Das ist spektakulär dort. Also ich kann es nur empfehlen. Jawohl. Weil es ist wirklich fantastisch, was da... Oder wir alles bald einlösen, ja. Gut. Und Ihnen, Herr Meile, darf ich hier für den Rosengarten Gutschein über 100 Euro überreichen. Viermal von unserem Rosengarten Gutschein, würde ich sagen, ne? Auf eine gute Idee. Ja, das ist ja auch sehr gut. Ja, von Ostalbren, das zu machen. Ja, genau.